Hallo, ich bin Mirko und ich zeige euch heute einen Tag an meiner Schule den Schloss Gunasium Benrath. Im Hintergrund seht ihr das Schloss, da waren wir früher drin, aber aufgrund von Platzmangel konnten wir da nicht mehr bleiben. So, ich bin spät dran, ich muss los. Kommt mit! Musik 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 Was ist das denn? Hallo, Mirko. Kommt doch eben mit in meinem Büro. Ein herzliches Willkommen am Schlossgymnasium. Ich bin die Schulleiterin. Mein Name ist Sigrid Belzer und seit vielen Jahren unterrichte und arbeite hier am Schlossgymnasium. Und ich bin immer noch sehr gerne hier und freue mich natürlich ganz besonders darüber, dass ihr zu uns kommen wollt und bei uns lernen wollt. Ich darf euch versprechen, dass trotz aller Mühen des Lernens ihr hier ein schönes Leben haben werdet. Hier ist das Lehrerzug. Da seid ihr wieder. Komm mit in den Unterricht. Das Schlossgymnasium Benrath kooperiert mit anderen Gymnasien aus dem Düsseldorfer Süden. Hier sehen wir den Deutschleistungskurs von Frau Steinerker, in dem auch Schüler des Annette-Gymnasiums und des Gymnasiums Koblenzer Straße sitzen. Neben den klassischen Schulfächern bietet unsere Schule auch Alternativen wie zum Beispiel jüdische Religion, Russisch oder Astronomie in der eigenen Sternwarte an. Genau. Damit man da lernt, mit umzugehen. Das heißt, das Problem ist schon... Technisch ist das Schlossgymnasium mit Smartboards, Informatikräumen und einem brandneuen Naturwissenschaftstrakt ausgestattet. Technisch ist das Schlossgymnasium mit Smartboards, Informatikräumen und einem brandneuen Naturwissenschaften. Das ist ja auch so. 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 hinter einer spannenden Stunde Unterricht habe ich erstmal Wohngang. So zum Beispiel ein Vertiefen des gerade erlernten Wissens im Stillarbeitsraum. Hier kann man auch vergessen Hausaufgaben für die nächste Stunde anfertigen oder auch für den nächsten Tag. Auch kann man eine der diversen Aufenthaltsorte im und um das Schulgebäude herren aufsehen. Beispielsweise das Spektakulum, eine Einrichtung der Stadt Bissendorf. Freundlicherweise dürfen Oberstufenschüler ihre Pause auf mir verbringen. Die Bücherwürmer werden in den gut gefüllten deutsch- oder englischsprachigen Bibliotheken finden. Sollte einem das alles nicht zu sagen, kann man immer noch die Pause in einem der schön ausgestatteten Kanzleräume verbringen. Mit Einverständnis des Lehrkörpers natürlich. Bei Fragen, Problemen oder Anregungen kann man sich selbstverständlich immer in die Schülervertretung und die Beratungslehre wenden. Das war's für heute. Let's mach meine Mitschüler an. Willkommen am Schlossgymnasium Benrath. Schlossgymnasium Benrath, der Hochschilding ist. Marhaba bin Schlossgymnasium Benrath. Dobra dorschlühe o Schlossgymnasium Benrath. Ben Benuti al Schlossgymnasium Benrath. Salam. Ich bin in der Kategorie Schlossgymnasium Benrath. Bienvenidos al Schlossgymnasium Benrath. Mich sehre del Schlossgymnasium Benrath. Salam. Choschumadi del Schlossgymnasium Benrath. Ciao, mon guicat den Schlossgymnasium Benrath. Dabro paschalo vets nasche Schule Schlossgymnasium Benrath. Hier in Marhaba bei o Schlossgymnasium Benrath. Bienvenue au Schlossgymnasium. Welcome to Schlossgymnasium Benrath. Ich laufe am Schumschotten. Ich laufe am Schumschotten. Ich laufe am Schumschotten. Ich laufe am Schumschotten. Das war's, Kinder. Vergesst nicht zu lernen. Ach du Scheiße.